Amoz Zahavi ist ein israelischer Zoologe und Naturschützer. International bekannt wurde er als Soziobiologe und vor allem durch die 1975 aufgestellte Theorie des sogenannten Handicap-Prinzips, in der Überlegungen aus der Evolutionsforschung und empirische Befunde aus der Verhaltensforschung miteinander verschränkt wurden. Mit Hilfe dieser Theorie konnte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Avishak Zahavi erklären, warum sich im Prozess der Evolution Verhaltensweisen und körperliche Merkmale entwickeln konnten, die auf den ersten Blick die Fitness der Individuen zu reduzieren scheinen, gedeutet wurden solche Merkmale gerade als Ausdruck von Fitness. Leben Von seiner Mutter ist überliefert, das Amoz Zahavi Vögel bereits beobachtete, als er noch nicht laufen und sprechen konnte. Für seine Abschlussarbeit im Studienfach Zoologie verbrachte er Anfang der 1950er Jahre drei Brutperioden lang mit ornithologischen Studien in den Hule Feuchtgebieten am Jordan. Nach seinem Masterabschluss an der Hebräischen Universität Jerusalem im Jahr 1954 verbrachte er ein Jahr in Oxford bei Nikotinbergen. Ebenfalls 1954 heiratete er seine Frau Avishak. Seine Studien in den Feuchtgebieten am Jordan veranlassten ihn 1953, gemeinsam mit einigen Freunden die Naturschutzorganisation Society for the Protection of Nature in Israel zu gründen. Nach seiner Rückkehr aus England verzichtete er einstweilen auf die Fortsetzung seiner akademischen Laufbahn und leitete 15 Jahre lang die SPNI. 1980 wurde der SPNI der Israel-Preis verliehen, die höchste Auszeichnung des Staates für Personen oder Organisationen. Amoz Zahavi und seine beiden Nachfolger im Amt der SPNI-Leitung wurden während der Preisverleihung ausdrücklich für ihr persönliches Engagement gewürdigt. Erst 1970 schloss Amoz Zahavi seine Doktorarbeit ab, und zwar über das Verhalten von Bachstelzen, die in Israel überwintern. Gemeinsam mit Peter Waadt entwickelte Zahavi aufgrund seiner Freilandstudien die Theorie, dass die Gruppenbildung bei überwinternden Vögeln dem Informationsaustausch über attraktive Futterquellen dienen. Im Jahr zuvor hatte er erneut ein Jahr in Oxford verbracht, bei David Lack am Edward-Grey-Institute, und war dabei in eine Kontroverse zwischen Lack und Werowin Edwards verwickelt worden über Wyn Edwards' Theorie der Gruppenselektion, in deren Verlauf wurde Zahavi zu einem leidenschaftlichen Verfechter der Individualselektion. Als Professor für Zoologie und Gründungsdirektor am Institute for Nature Conservation Research der Universität Telefon Aviv studierte Amoz Zahavi ab 1970 mehr als 30 Jahre lang das Sozialverhalten der Graudrosslinge in der Hatzewafield-Station im Arabatal im Süden Israels. Graudrosslinge sind Sengvögel, die in Gruppen bis etwa 20 Individuen zusammenleben, gemeinsam ein Revier verteidigen, gemeinsam ein Nest bauen und die Jungen des ranghöchsten Weibchens gemeinsam versorgen. Seine Verhaltensbeobachtungen wurden ab 1975 in der von ihm entwickelten Theorie des sogenannten Handicap-Prinzips gebündelt. Seine theoretischen Überlegungen wurden jahrelang von den Fachkollegen abgelehnt, was zur Folge hatte, dass er seine Forschungsergebnisse zunächst nur unter Schwierigkeiten in den angesehenen Fachzeitschriften publizieren konnte, inzwischen wird. Seine Theorie jedoch allgemein anerkannt. Von 1984 bis 1987 war er Leiter der Zoologie der Universität Telefon Aviv. Und noch im Jahr 2006 war er mit weitergehenden Studien an den Graus-Drosslingen befasst. Zusätzlich untersuchte er die Anwendbarkeit des Handicap-Prinzips auf chemische Signale. 2010 erhielt er den mit 60.000 Euro dotierten internationalen Preis der Füssen-Stiftung. Avishag und Amoz Zahavi haben zwei Töchter und zwei Enkel. Schriften mit Avishag Zahavi, Signale der Verständigung. Das Handicap-Prinzip Insel Verlag Frankfurt am Main 1998 ISBN 3-458-16927X Marte Selection A Selection for a Handicap In Journal of Theoretical Biology Band 53 1975 S 205-214 Mit Peter Wart The Importance of Certain Assemblages of Birds As Information Centers for Food Finding In Ibis Band 115 1973 S 517-534 Kurzfassung Reliability in Communication Systems and the Evolution of Altruism In B Stonehouse und C M Perins Evolutionary Ecology M. Millen Press London 1977 S 253-259 The Cost of Anistie In Journal of Theoretical Biology Band 67 1977 S 603-605 The Testing of Abond In Animal Behavior Band 25 1977 S 246-247 Decorative Patterns and the Evolution of Art In New Scientist vom 19. Oktober 1978 S 182-184 Arabian Babyloners The Quest for Social Status in A Cooperative Breda In P B Staschei und W. Die König Cooperative Bredingen Birds Long Term Studies of Ecology and Behavior Cambridge Cambridge University Press 1990 S 103-130 Altruism as a Handicap The Limitations of Kin Selection and Recipposity In Avian Biology Band 26 1995 S 1-3 In Direct Selection and Individual Selection in Soziobiology My Personal Views on Theories of Social Behavior In Animal Behavior Band 65 2003 S 859-863 Is Group Selection necessary to explain social adaptations in microorganisms In Heredity Band 94 2005 S 143-144 64 7 9 11 10 12 14 13 Untertitelung des ZDF, 2020